Hallo Leute, morgens früh, halb neun, immer noch in Alge-Sierras, muss man ein bisschen die Umgebung zeigen. Da drüben liegt auf jeden Fall der Hafen. Naja, viel zu sehen gibt es noch nicht. Ja, vielen Dank an Mary Jane für die Verarsche, ich hoffe ihr habt euch köstlich amüsiert, ich mich leider nicht, aber gut, wenn man halt so dumm ist und drauf reinfällt, naja macht nix. Lieber Friedemann, danke für deine seelische Unterstützung, die konnte ich dann und wann hier brauchen. So und jetzt kommt Plan B, weil ich ja hier auch nicht länger bleiben möchte in Alge-Sierras. Ich wandere jetzt Richtung Türkei. Ich habe euch schon mal erzählt, dass ich mit einer Türkin geirrt war und ich somit auch ein bisschen türkisch spreche. Und von daher werde ich mir da unten eine Arbeit suchen, irgendwie im Hotel. Das habe ich schon mal gemacht, bei Rentaka, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Ja und dann werde ich mir das Geld zusammensparen und halt eben mit dem Flieger nach Indien fliegen. Weil Iran, Irak oder Pakistan, das ist auch nicht so sicher. Und von daher, naja jetzt geht es erstmal Richtung Italien, also Frankreich vielmehr, dann Italien. Und dann schauen wir mal weiter. Euer Manfred, bis dann.